moin moin und herzlich willkommen zurück zu gothic 2 die nacht des rahmen ich will noch mal jetzt war ich doch ein bisschen zu nah an denen vielleicht kommt der vielleicht kriegen wir es hin dass der eine zu uns näher kommt ich weiß nicht ich speichere vielleicht noch einmal ich glaube hier kommt auf die 1 speichern war ich will ja hier den wald ein bisschen lehrräum frei machen komm einer wird mir reichen nein nicht beide nicht beide wieso immer beide gut dass ich aber gerade noch gespeichert habe auf die 1 hatten wir gespeichert wieso kommen immer beide glaubt die beiden wachs lassen wir mal in ruhe und versuchen mal von der anderen seite vielleicht erst mal zu nehmen oder irgendwie andere viecher die ich hier finde sehr wie auch immer nicht dass hier zum suchen auf mir im weg steht ich höre was ich sehe nur nix doch da kommt her ah da ist er war nicht noch ein ah wölfe ein wolf und noch ein wolf nice und hier auch noch mal muss ich auch noch mal speichern muss das alles speichern hier kann es sein dass es gerade ein bisschen heller wurde äh was ist das ach orks elite ork was ok elite ork das könnte ein bisschen schwieriger werden mit dem alter ok ich habe blöderweise ich habe blöderweise nicht nah genug an die herange gespeichert nach den wölfen das heißt oder doch gegen die orks also elite orks sind doch ein bisschen schwerer könnte ein bisschen länger dauern die zu bekämpfen ja elite orks lassen wir mal da haben wir aber noch eine höhle mit mit dem schaf hatten wir den schaf nicht schon wir hatten das schaf doch schon längst zurück gebracht wieso i don't understand this schaf ok aber gegen elite orks kommen wir noch nicht an und ich finde interessant dass wir jetzt ein schaf als begleiter ufer hatten wir den aber starf hatten wir doch hier eigentlich abgesetzt oder dann spielfehler jetzt gerade mit dem schaf hier akil sehr gut hier hast du einige goldmünzen ich hoffe es ist genug sonst noch irgendwas passiert nein ich hoffe die schafe bleiben jetzt da wo sie sind ok ich dachte ich hatte begleitet mich jetzt das schaf immer noch oder na ok ich dachte ich hätte das schon längst gemacht aber ich glaube den wald hier können wir erstmal wegen den orks und den wachs doch lieber in ruhe lassen wir müssen woanders erstmal warte genau ich wollte gucken 100.090 haben wir das heißt uns fehlen noch 4.010 ne 4.910 für die nächste stufe aber vielleicht sind wir gegen normale orks schon gebappnet also elite orks eher noch nicht sehe ich ein aber ich würde schon die komm wir gehen erstmal da hinten rüber bei Onas Hof und versuchen da mal den wald ein bisschen leer zu räumen und können bei Basta auch mal die die paar fälle schon mal abgeben vielleicht kriegen wir auch noch ein paar punkte dafür ein bisschen haben wir ja schon eingesammelt auf jeden fall ich weiß jetzt aber auch nicht wie viele schatteneufferfälle er jetzt haben will vielleicht kriegen wir auch einfach geld und erfahrungspunkte pro schatteneufferfälle aber wir reden jetzt erstmal mit Basta von mir erfährt keiner was so Basta äh wegen den Hörnern der Schatten ach Schattenläufer Hörner wie weitet man die Schattenläufer aus das weißt du nicht oh man ich hätte mehr von dir erwartet äh ich komme noch darauf zurück ich komme noch darauf zurück na hoffentlich okay ähm also können wir das nicht abgeben habe ich nicht mehr von denen ich habe doch Hörner von denen oder nicht krallen krallen kailafell fällern des schattenläufers habe ich jetzt einen Fehler gemacht ich hoffe nicht wir müssen hier nochmal in den Wald rein bzw. hier in der einen Hütte sind ja auch noch ein paar Suchende gewesen würde ich die auch mal ausschalten wollen hier in der Hütte wir sind die jetzt Sekop Balthasar, Till Rosi ist was passiert ist was passiert du musst mir helfen die schwarzen Männer sind in mein Haus eingedrungen ich weiß ihr Söldner habt es nicht so mit der Nächstenliebe aber ich würde es euch auch entlohnen die Kerle sagten sie würden etwas suchen aber doch nicht in meinem Haus bitte hilf mir mach dass sie wieder verschwinden ähm okay ich dachte er wäre jetzt zu Dings geworden sonst alles klar sonst alles klar schlimme Zeiten sind das ich kann meine Schafe nicht finden das werde ich Sekop wohl beichten müssen äh nach Bronco fragen wer ist so ein Typ der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt er wäre der Bauer äh ja ich weiß das ist Bronco der macht einfach was er will nicht dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte dass er endlich wieder an die Arbeit gehen soll aber er tut es halt einfach nicht mein Vater ist schon sauer auf mich weil ich es immer noch nicht geschafft habe ihn wieder zur Arbeit zu bewegen vielleicht kann ich dir helfen vielleicht kann ich dir helfen meinst du wirklich also pass auf wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten werde ich dir sagen wir mal 10 Goldmünzen bezahlen na was sagst du äh kein Problem ich will aber mehr Geld kein Problem ich will aber mehr Geld na schön daneben 20 Goldmünzen na gut ich werde sehen was ich tun kann na gut ich werde sehen was ich tun kann beeil dich aber ein bisschen hatten wir Bronco nicht schon Kapokon alles klar bei dir alles klar bei dir ach ja geht so mir tut das Kreuz weh von der ganzen Schufterei was machst du hier kommt selten vor dass ich hier Besuch bekomme normalerweise sind es immer irgendwelche Halsabschneider aus den Bergen oder diese schrecklichen Militsoldaten aus der Stadt die suchen unseren Hof in letzter Zeit immer häufiger heim aber du siehst mir nicht aus als ob du einer von ihnen wärst oder äh okay kann ich wegen Bronco ihm nochmal ansprechen wir hatten ja Bronco schon wo ist ein Bronco egal ähm naja da sind sie doch die Schafe bald da ist aber da sind sie doch so da muss ich jetzt rein ich speichere einmal ich würde hier aber wieder auf die einspeichern so und dann reingehen ich weiß jetzt nicht wie viele Suchende da drin sind ähm okay das wird ein bisschen schwieriger hier auf der Seite ist noch einer immerhin okay ähm ich kann hier aber jederzeit rausgehen und ein bisschen heilen würde ich sagen vermuten so alter okay das ist äh nicht so töftig hier warum ist das so schnell mit den Dings das sind drei Stück auf jeden Fall mindestens alter hör auf gefällt mir gar nicht gerade das sind die ein bisschen zu stark hier und zu schnell äh tut mir leid äh Sekop das musst du erstmal noch ein paar Tage durchhalten hier ja ich gehe aber erstmal hier in den Wald mal gucken wen oder was ich hier noch finde was ich kaputt machen könnte aber drei gegen drei Suchende die äh so schnell sind schaffe ich nicht bitte sag mir dass es nur einer ist bitte lass nur einen sein nein nicht gleich beide nicht gleich beide so komm so mitnehmen dann was könnte ich nehmen was könnte ich futtern ich glaube komm wir essen mal die dunkelpilze und hier den buddler flight also da speichere ich hier auch nochmal opfer 1 jetzt schade dass ich hier jetzt zumindest nicht weiß wo äh wo man schnell speichern kann da hinten sehe ich schon den Schattenläufer und Drachen snapper sehe ich auch schon ok ein bisschen Abstand bevor ich mich mit denen auch noch anlege so Kronenstöcke hier Weidenbeere auch nochmal Müssen wir viel essen auf jeden Fall Sumpfkraut bringt mir nix das gibt Mana hier Heilpflanze und nochmal Heilkraut ähm das gibt alles Mana so und jetzt nochmal speichern dann würde ich sie jetzt mal gegen die snapper versuchen die drachensnapper ah hier äh nein ok drachensnapper schaffen wir nicht drachensnapper sind noch deutlich zu stark für uns hm wie machen wir das dann da ist ja noch ein Schattenläufer so Punkte haben oder nicht haben dann gehen wir wieder in die Richtung zu Onas Hof und legen uns zusammen mal pennen dann würde ich vielleicht nochmal ins äh in die alte alte Mine gehen also mal Imminkolonie Strafkolonie gehen und gucken dass ich da vielleicht nochmal irgendwie was findet zum aufleveln dann müsste ich mal schnauern dass ich irgendwie einen Weg finde ähm nach Jacken dazu kommen ins Zielgebiet vor allem da haben wir ja auch noch ein zweig best zu erledigen dann kriegen wir auch noch punkte so erfahrungspunkte damit wir auch mal aufsteigen können wir müssen ja stärker werden wir brauchen eine bessere rüstung so komm wir gehen wir gehen jetzt in Richtung Minental und komm wir gehen wir gehen da hinten rum ist bestimmt noch irgendwo der ein oder andere Suchende dabei es gibt müssten wir eigentlich auch mal besuchen kann das sein der faule Bauer äh Till kann Bronco nicht zur Arbeit bewegen Till will dass ich es versuche der vertriebene Bauer die Schwarzmagie haben Seekopp aus seinem Haus vertrieben Seekopp will dass ich sie aus seinem Haus vertreibe ab diesem Fall äh Batras Dokumentos Neppakrall des Richters Lakai Lie will dass ich etwas Belastendes gegen den Richter von Korines finde ich soll dem Richter meinen Dienst anbieten und dabei die Augen offen halten müsste ich auch machen äh Schattenläufe Hörner für Bastard Diego's Gold äh am alten Austauschblatt wo früher die Bahnen per Seilbahn in die Kolonie gebracht wurden oberhalb der verlassenen Mine ich guck mal ob ich das auch noch schon machen könnte Diego's in Gold holen beschaffen ich hoffe da sind nun keine äh ich hab nicht gespeichert ich hab nicht gespeichert bevor ich gegen den antrete einmal speichern so dann können wir jetzt den erledigen oder erledigen versuchen ja komm so komm geh drauf er soll drauf gehen er soll drauf gehen nicht ich er sollte drauf gehen man noch ein Versuch aber jeder Tote Suchende ist ein guter Suchende finde ich ja komm ja ja einschlag ja geil so okay jetzt nochmal pennen gehen hier haben wir freigemacht keine Ahnung wo noch mehr Suchende sind aber wir müssen die alle ausschalten aber ich bin echt froh dass wir die mittlerweile alle äh okay zumindest nicht alle aber einige von denen auf jeden Fall bekämpfen können so da sind die Betten so wie sieht es eigentlich hier aus äh okay viele Punkte brauchen wir jetzt auch nicht mehr für die nächste Stufe so ich guck mal warte mal hier unten waren doch auch äh die Bauern die abgehauen sind mit äh Malakon wie die alle hießen ja ja hier waren sie so Malak äh Benga braucht dich Benga braucht dich er will dass du zu seinem Hof zurückkommst ich bin doch nicht wahnsinnig solange wir auf dem Hof schutzlos leben müssen bewege ich mich hier keinen Meter weg ich habe einen Söldner angeheuert er wird auf den Hof acht geben das ist natürlich etwas anderes aber Moment mal wer bezahlt den Kerl denn das ist mein Problem keine Chance nein zu sagen was nein okay nice das haben wir erledigt das grobes Kurzschwert Degen warte mal wir müssen unseren Teil an die Stadt abgeben tun wir es nicht bekommen wir am Ende noch Ärger mit den Paladinen ich wollte die Waffen aufheben Degen und den Degen schwerer Ast mehr liegt hier nicht was ist denn damit jetzt okay nice haben wir doch geschafft so jetzt ist die Frage gibt es da unten auch noch wieder keine Ahnung von wo das kommt aber ach stimmt hier war ja der Dude und da sind nur Drachensnapper ich habe was die Drachensnapper angeht da habe ich irgendwie noch sehr sehr starke Probleme hier ist noch eine Sichel von wo kommen die kann ich zwar alles wieder verkaufen aber ich stelle mir schon die Frage von wo das kommt hier war noch eine Steintafel ernsthaft so was für eine Steintafel war das war das einer mit Stufe 1 oder Steintafel des Einhandkampfes Jo das war es auf jeden Fall so ich speichere noch einmal weil bitte aber gerne die Steintafeln der Stufe 2 und 3 auch noch mal lernen können warum führt der Weg direkt hier an den Felsen so war ich da ist auch noch ein Zoom den muss ich auch noch fertig machen so komm nice dann haben wir den jetzt auch noch mal besiegt aber jetzt muss ich wieder pennen gehen verdammt weil wieder kein Leben nicht genug leben aber ja wenn wir 300 Punkte pro Suchenden kriegen aber wie viel kriegen wir dann für die Orks wenn wir zumindest die einfachen Orks da besiegen können dazu schon in der Lage sind können wir die zumindest mal jagen gehen als nächstes so ich muss jetzt definitiv aber noch mal pennen für die Gesundheit hier naja komm zu weit entfernt schon wieder natürlich so aber wenigstens Gesundheit wieder voll hat eigentlich Gunnar eine Aufgabe für mich die Söldner kamen von überall her ein Großteil kam aus der Strafkolonie eine weitere Gruppe von Söldnern kam aus dem Süden sie haben dort wohl Orks gejagt und ich wette es sind auch mittlerweile ein paar Banditen aus den Bergen hier und lassen sich durchfüttern und wie sieht es aus wie sieht es aus du bist jetzt auch einer von den Söldnern ne ja gut jetzt will ich aber trotzdem über den Weg da hinten in Richtung Strafkolonie und zu sehen dass ich das dann irgendwie auch noch gedeichselt kriege mit den Orks vielleicht ist da noch irgendwo noch ein oder zwei Suchende die wir dann platt machen können beziehungsweise auch oben können wir auch nochmal nachfragen vielleicht kriegen wir auch nochmal Erfahrungspunkte wenn wir da mit Dings hier reden wie hieß der nochmal ne ne nicht doch Benga müsste Benga gewesen sein da oben oder ich glaube das war Benga Bengas Hof so ist hier aber noch ein Suchender hier in dem Bereich sieht jetzt nicht danach aus oh hier ist noch eine Waldbäre und ich die übersehen aber okay hier ist keiner kein Suchender war hier auf dem Weg einer no hier war auch keiner perfekt und die sind dann wieder am arbeiten aber ich hoffe wir sehen jetzt gleich Wolf hier die Schafe sind auch wieder hier so Bauer Bauer wo ist Malak da der sieht noch Malak aus ne ja Malak Wirst du jetzt auf Bengas Hof bleiben wirst du jetzt auf Bengas Hof bleiben sicher da muss ich jetzt durch wird schon schief gehen so und hier ich habe dir den Söldner besorgt den du wolltest ich ich hatte noch nie so jemanden auf meinem Hof hoffentlich geht das gut hier nimm dies ich denke das kannst du gebrauchen 400 Gold nein Malak ist auch wieder da das wurde auch Zeit ich dachte schon ich würde ihn nie wieder sehen das wird schon wieder Malak ist zwar wieder da aber die Situation hat sich kaum verändert wenn kein Wunder geschieht werden wir hier alle noch zugrunde gehen was was für ein Wunder erhoffst du dir so Wolf alles in Ordnung alles in Ordnung klar alles ruhig ok wen hat er eigentlich hier mitgenommen wer sind die beiden ok er hat zwei namenlose Söldner mitgenommen oder mitgebracht besser gesagt so ich gucke nochmal gibt es hier noch irgendwo Suchende da vorne ist noch ein Suchender dann würde ich sagen um den da kümmern wir uns in der nächsten Folge und vielen Dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin's euer Max Deus und ciao und dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020